Okay, Simon, wie funktioniert das? Also dann, so wie der Tote wiederbelebt wurde, können wir ihm fünf Fragen stellen, bevor er dann wieder tot ist und nie wiederbelebt werden kann. Wieso fünf Fragen? Keine Ahnung, so läuft das halt. Ganz schön willkürlich. Können wir jetzt bitte anfangen? Sicher, ja. Perlomon tergatis. Vielleicht spreche ich's falsch aus? Ich hatte keine Angst, hab mich bloß erschreckt. Na dann los. Bist du in der Schlacht im ewigen Moor getötet worden? Ja. Toll. Ich meine, nicht für dich. Herzliches Beileid. Vier Fragen noch, ja? Ja. Nein, 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 das war nicht für dich. Zählte das als Frage? Ja. Verdammt. Du antwortest nur, wenn du gefragt wirst. Alles klar? Ja. Warum fragst du denn, ob alles klar ist? Hab ich nicht. Fantastisch. Wo ist die Schaufel? Wir hatten nicht vor, das größte Übel zu entfesseln, das die Welt je gesehen hat. Wir brauchen ein Team. Und wie wollen wir das anstellen? Denken wir bei einem Drink drüber nach? Super Idee. Lauf! Nein. Das willst du mir vor. Dasigible. SPE Estado kam, warum… Da. Die laisse.